Hallo ihr Lieben, das ist eine kleine Ankündigung und es wird ernst und ich hoffe, ihr seid alle dabei und habt Zeit, denn ich möchte heute um 15 Uhr meinen aller 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 ersten Stream eröffnen und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, das klappt alles und wenn ihr Zeit habt, kommt vorbei. Es wird einfach großartig. Stream ist eigentlich immer so das Highlight, gerade bei Elisha Online, wenn ihr auch mitreiten könnt. Wie gesagt, ihr seid alle ganz, ganz herzlich eingeladen und ich freue mich auf euch. Macht's gut, bis später.